Hallo Was bekommst du? Weil die alten abgefahren sind, die hast du gut gebraucht Es ist wichtig, dass man diese wechselt Ich zeige dir das gleich nachher Dr forehead Dr 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 Okay. Using chisel. Ja, die sind aber recht verschenkt. Mal schauen, wie es auf der anderen Seite ist. Die Äckle sind dermaßen eingeholt. Mal schauen, ob sie überhaupt noch rauskriegen. Oh, der ist rausgegangen. Jetzt siehst du, wie diese Rädchen schon komplett gebraucht sind. Abgefahren. Jetzt schauen wir, ob man eine Sechse ist. Das ist die Sechse. Und die Rädchen drin läuft. WD40. Genau, WD40. Ist immer gut. Ich auch. Genau, reinigen wir diese mal. Ja, WD40. Aber du machst ja richtig viele Kilometer. Ja. 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 Ja, wir sind richtig abgelaufen, da sind wir jetzt ein bisschen überlaufen.